Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch hier zurück zu The Long Dark. Ich will euch gerade eben mal zeigen, wie es mir aussieht. Erschöpft sind wir ohne Ende, denn ich habe die ganze Nacht durch unsere Klamotten wiederhergestellt. Und meine Befürchtung hat wirklich gestimmt, der Wolfspelzmantel, wenn man ihn tatsächlich repariert, benötigt man für jeden Reparaturvorgang einen Wolfspelz. Wir hatten zum Glück noch zwei auf Lager, jetzt haben wir gar keinen mehr auf Lager. Damit müssen wir leben. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist, weil unsere Peggy so kaputt ist, also im wahrsten Sinne des Wortes fertig mit der Welt, nehmen wir ein bisschen Essen und Trinken noch mit ins Bettchen. Wobei wir könnten auch Kaffee trinken, wie blöde. Ich probiere das mal gleich mal mit Kaffee trinken. Was ist dadurch besser? Wir könnten mal gucken, was passiert, wenn sie jetzt wirklich ordentlich Kaffee in sich reinkippt. Trinken. Trinken. Und? Ja, aber so geil ist es nicht. So geil ist es nicht. Das ist wirklich eher mal was so für nebenbei. Also, das lohnt sich nicht wirklich. Also, das ist das Erste, was wir jetzt mit Peggy erstmal nochmal machen, ist, nochmal den ganzen Tag durchschlafen. Ist leider nicht anders machbar. Noch mal sieben Stunden. So, kriegen wir die Zeit auch rum. Essen haben wir ohnehin genug. Das wird sowieso früher oder später schlecht. So, sieben Stunden gepennt. 43 Tage, neun Stunden. Das Gemeine ist, dass ich das Achievement nicht gekriegt habe. Mann, no. War ich wahrscheinlich einfach so diesen Tacken nicht lang genug draußen. Ja, draußen sturmt es gerade eben eh wieder. So. Können wir gleich nochmal. Sieben Stunden schlafen. Schnarch, 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 schnarch. Nach dieser Bärenaktion hat sie es sich auch ehrlich gesagt verdient, so lange mal richtig durchzupennen. Also, da hat sie jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einen Bären niedergerungen. So, und wir trinken hier nochmal. Draußen sturmt es gerade wie Hölle. Boah, so ein monotones Pfeifgeräusch. Ja, dann machen wir mal neun Stunden. Das passt auch. Und außerdem sind wir wieder komplett gesund. Das ist ja auch nicht zu verachten. So. Ja, und wir können gleich nochmal was trinken. Das Interessante ist, dass Wasser jetzt so nach und nach wirklich zum Problem werden wird. Und schlupp. Sehr schön. Noch genau 100 Kalorien übrig. Vom Gewicht her sind wir top dabei. Ich glaube mal 22 Kilo. Und es stürmt immer noch draußen. Mann, oh, hör auf zu stürmen. Und, äh, ja, Wasser, 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 Wasser. Nicht gut. Das mit dem Wasser finde ich gar nicht gut. Ja, wobei, so viel Wasser brauchen wir nicht. So, zwei Liter Wasser reichen. Okay, wir sind noch ein bisschen durstig. Gucken wir mal nach draußen, wie schlimm es ist. Ah, Moment, eine Sache müssen wir machen. Eine Sache müssen wir machen. Wir brauchen nochmal so eine Fackel. Gott, die gehen uns auch aus. Das sind die letzten zwei Fackeln, die wir haben, oder? Schande. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Gucken wir mal nach draußen, wie es ist. Boah, ja, da... Wenn du nicht mal was siehst, dann kannst du es sein lassen. Nochmal hinlegen, eine Stunde. Da komm schon, leg dich hin. Es ist Schlafenszeit. Immer taktisch wach sein, ne? Bringt ja auch nichts drauf, rauszugehen und sich umzubringen. Sind wir draußen immer noch so schlimm. Gucken wir mal aus der Seite mal hier raus. Ja, es ist immer noch zu windig. Ich möchte jetzt nicht unbedingt rausgehen. Also, was wir jetzt noch machen werden, also was ich diese Folge anfangen möchte, ist, wir gehen zur Schlucht. Und ich hoffe, dass wir da drüber kommen. Ich meine, klar, wir haben jetzt genügend Essen und so was, weiß ich was. Aber es pfeift draußen immer noch der Wind. Aber es ist halt einfach keine Option, meiner Meinung nach. Gucken wir mal ganz, ganz kurz mal. Wir haben doch irgendwie noch eine Soda irgendwo. Ach nee, die ist drüben in der Eishütte. Oh. Geräusch ist weg. Das ist gut. Wenn das Geräusch weg ist, ist das gut. Wir nehmen aber noch einen zweiten Zündi mit. Was haben wir denn hier sonst noch so? Tannenholz. Eins nehmen wir mit für den Notfall. Dass wir auf jeden Fall schon mal ein Feuerchen machen können. Wir könnten jetzt natürlich sozusagen mit den ganzen Fressalien, die wir haben, im Haus sitzen bleiben. Aber das wäre A, langweilig. Und B, ist das nur sozusagen, seine Zeit absitzen, bis er rum ist. Scheiß Wolf. Wir gehen hier außen rum. Hoffen, dass da keiner ist. So. Wie sieht es denn eigentlich damit aus? Da liegen immer noch die neun Kilo Fleisch drin rum. Oh Mann! Das ist eigentlich fast eine Sünde, es da zu lassen. Das nehmen wir noch schnell mit. Und lagern sie einfach in ein Haus ein. So. Das tun wir einfach ganz, ganz schnell hier rein. Weil der Kadaver despawnt ja früher oder später. Muss nicht sein. Dass dadurch das gute Fleisch verloren geht. Einfach rein in den schönen Kühlschrank damit. Ja, und wenn es vergammelt, dann vergammelt es halt. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben es versucht. Ich hoffe, dass es da jetzt einfach hält. Das ist immer so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Sachen einfach innerhalb der Schränke weniger kaputt gehen. So, und jetzt versuchen wir wieder Richtung Schlucht zu kommen. Wie ihr seht, äh, so rein, ups, ich dachte ich höre da was. So rein Dingenskirchenstechnisch, ähm, Kältetechnisch sind wir wieder super dabei. Weil, gefühlt sind es 10 Grad. Also, es ist gerade mollig warm, obwohl es eigentlich, obwohl mollig warm falsch ist, aber, ähm, also eigentlich, 10 Grad ist kalt, ne? Also, gefühlt 10 Grad ist kalt, finde ich persönlich. Ich weiß auch nicht, ob sich das ändert, wenn man irgendwie so ein bisschen sportlich aktiv ist, wie wir jetzt gerade eben. So, wir müssen Wolf, da müssen wir nicht hin. 13 Grad, tatsächlich. Also, ich habe das Gefühl, wenn man sich bewegt, wird einem gefühlt wärmer. Aber man wird natürlich auch schneller müde. Also, was ich sagen wollte, warum ich jetzt zur Schlucht gehen will, jetzt schon, ist, ähm, es ist für euch langweilig und auch für mich, einfach nur, äh, jetzt in der Bude zu sitzen und von dem zu zehren, was wir haben. Da gehen wir dann lieber auf die Suche in der Schlucht und, ja, vielleicht ist das dadurch jetzt die letzte Folge, vielleicht aber auch nicht. Ähm, ob wir es überleben, diesen Balanceakt. Das Knarzen hat mich das letzte Mal ja wirklich saumäßig nervös gemacht. Und im Großen und Ganzen haben wir jetzt bis auf Hasenjagd, wobei Hasenjagd haben wir auch schon geschafft, äh, wir haben so gut wie alles schon geschafft, was wir schaffen wollten. Ich meine, klar, ich möchte gerne eigentlich noch ein Kaninchenpelz bauen, also Handschuhe, Kaninchenpelzhandschuhe bauen. Klar. Und ich möchte eigentlich auch einen, das ist alles klar, einen, äh, ja, Schwarzbären-Schlafsack, also Pelzschlafsack bauen. Natürlich. Aber, das muss natürlich auch alles im realistischen Rahmen passieren. Sprich, es muss die Möglichkeit geben, sozusagen, dass ich das A herstelle und dass ich danach auch noch eine Überlebenschance habe. So Selbstzweck herzustellen, bringt ja auch nichts. Hauptsache hergestellt, ne? So, jetzt gehen wir mal da hoch. Ich glaube, das ist dann der richtige Weg. Wir müssen ja wieder irgendwie hoch zu dieser Bahnlinie. Ach, dieses Wolfsgeheul macht mich fertig. Immerhin ist ja kein Wolf. Obwohl wir einen haben, wo heulen hören, aber... Ich bin trotzdem dankbar, dass da keiner ist. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht gewusst, nach wie vor nicht, dass da noch ein weiteres Gebiet ist, das mit dem hier angeschlossen ist. Ich frage mich echt, was die Schlucht für ein Gebiet ist. Boah, ich dachte gerade eben schon, da ist was. Aber ich weiß, wo wir sind. Da waren wir nämlich erst vor ein paar Folgen. Und so gesehen auch vor ein paar Tagen. Ich hatte ja eigentlich schon gedacht, es ist total utopisch übrigens, 200 Tage zu überleben. Es gibt ein Achievement, das heißt, 200 Tage überlebt. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass man theoretisch sehr, sehr viel Glück mit Munition haben kann und so weiter und so fort. Mir rückt das tatsächlich in die realistische Richtung. Also klar, kann immer was schief gehen. Es ist sicherlich auch ein Ausnahmespiel, wenn man auf 200 Tage kommt. Aber ich halte es nicht mehr für unrealistisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte 200 Tage für machbar. So, jetzt essen wir mal ganz schnell was. Das Essen geht schneller weg, als einem lieb sein kann. Wir müssen eigentlich hoffen, dass wir tatsächlich in dieser Schlucht irgendetwas finden. Sonst sieht es nämlich düster aus. Ich weiß gar nicht mehr, wie das erste Gebiet hieß. Es gibt ja noch ein Gebiet, ne. Gut, hier war einmal ein Wolf, ihr wisst noch. Ich hoffe einfach, dass der diesmal nicht kommt. Es gibt ja noch dieses absolute Anfängergebiet. Ich glaube, das war der Geheimnissee oder irgendwie sowas in der Art hieß der. Da oben ist ein Wolf, na super. Na awesome. Ja, das heißt, wir laufen da nicht lang. Wir laufen ganz anders, wenn da ein Wolf ist. Es gibt ja sicherlich auch noch einen alternativen Weg. Vielleicht hier lang. Wir probieren es einfach. Es muss ja irgendwie gehen. Ich laufe ja auch gerade eben jetzt gerade eben eher so ein bisschen so, ja, fast schon geraten. Ich weiß, es war irgendwo hier. Genau, hier in der Nähe vom, ja, glaub. Ich glaube, dass da oben war, das war der Übergang. Jetzt müssen wir bloß noch den Weg hochfinden. Ich glaube, der war hier. Genau, da war ein Weg. Sehr schön. Und dann geht's links in die Schlucht. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, wir drücken uns die Daumen. Hoffentlich stürzen wir nicht ab. Sonst war's das, ne? Also das kann jetzt die letzte Folge sein. Ich hoffe ja nicht, dass es sie ist. Ich möchte ja so lange wie möglich überleben. Mit euch zusammen. Oh man. Oh man. Ich meine, das ist ja schon mal ein hübscher Ausblick, ne? Aber, oh man. Boah, mich fröstelt's jetzt schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dieses Knarzen. Oh shit. Scheinbar hält's. Wow. Geil. Wir sind rüber. Boah. Boah. Und das ist ein riesen Wasserfall. Mal gucken. Boah. Ich glaub nicht, dass wir da runter können, aber wie gesagt, hab ich auch wenig Bedarf. Denn, äh... Naja, es gibt schon einen Weg da runter, ne? Der ist bloß sehr tödlich. Muss nicht sein. Okay. Jetzt können wir wieder rennen. Vorher hab ich mich nicht getraut. Wo sind wir hier? Okay, jetzt trau ich mich wieder nicht zu rennen. Jetzt will ich wieder vorsichtig sein. Ich höre Krähen. Da fangen die Schienen wieder an. Tunnel. Ein Tunnel. Der schlägt ne Kurve. Und hat einen Ausgang. Gucken wir mal, ob hier alles... So. Eine Brücke ist da vorne. Krass. Wo sind wir hier? Ich hoffe nicht, dass es jetzt einfach nur so ein Rundkurs ist, der hübsch aussieht. Gucken. Ja, also bis jetzt geht's ja nur immer geradeaus, ne? So ein ordentlich weiter Weg. Und hier ist die erste Abzweigung, so wie es aussieht. Wir gucken es uns mal an. Vorsichtig und unverbindlich. Häschen. Häschen ist gut. Häschen heißt kein Wolf. Häschen heißt kein Bär. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. So, gut, gut, gut. Einmal hier drum rum gelaufen. In die Ecke geguckt. Hier in der Ecke ist nix. Unsere Kalorien gehen auch schon wieder zur Neige. Müssen wir demnächst mal wieder was essen. Boah, ist doch der Hammer. Ja, okay, wir rennen jetzt aber auch gerade irgendwie blöde durch die Gegend. Das muss man... Das muss man schon zugeben, dass das ein bisschen anstrengend ist und Energie frisst. So, ja gut, aber hier ist ja sonst nix. Das heißt, wir können hier weiterlaufen. Ich hoffe mal nicht, dass das alles jetzt schon gewesen ist. Oh, hallo Häschen. Da geht's, glaube ich, runter. Und da ist ein Eisenbahnunglück. Hey, was ist denn das? Metallschrott. Und ne Kiste. Jawohl, ne Fackel. Das ist schon mal sehr gut. Oh, Verband. Verband können wir auch brauchen. Geht's da noch hoch? Ne. Sackerse. Ja, dann gibt's ja, glaube ich, nur noch den Weg hier jetzt links runter, oder? Ja, das geht sogar weiter. Boah, wie weit geht denn das gerade aus? Schande. Boah, ey, Leute. Ihr habt doch einen Vogel. Oh, Rucksack. Gut, ein Toter. Oh, ja, Trockenfleisch ist gut, Schokoriegel ist gut. Gefrorene Leiche. Nochmal Schokoriegel, nochmal Trockenfleisch. Der starb nicht am Hunger, würde ich mal behaupten. Äh, nein, ich glaube, da geht's einfach nur in den Tod runter. Führt das auch noch irgendwo hin? Also, ich meine, irgendwo Sinnvolles. Ein Kadaver. Nicht viel Fleisch drin, denn... Da scheint's noch weiter zu gehen. Da kenn ich jetzt aber nix, Leute. Das kommt mit. Ja, und wie's ja weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von der Long Dark mit mir, dem Mr. Merp. Ich glaube, ich geh nachher Dara lang. Also, bis dann, tschüss und ade.